Die Zimmerorgel, man kann die hier anmachen, diesmal hier mit Schlüssel. Eine Multiplexorgel heißt, das war mal eine Zeit lang recht modern und wurde dann aber leider verpönt, dass die Pfeifenreihen jeweils erweitert sind, Multiplikare sozusagen, und hier kann man mit dem Radialpedal auch einiges gut spielen, zum Beispiel auch durchaus moderne Musik. Wir haben hier einen ganz anderen Stil, wie man hier sehen kann, die ist auch ausrangiert worden, und zwar eine Privat-Hohnzimmerorgel. Wir haben hier einen guten Rund.